Welche Bahn meinst du denn? Ja, die an der du gestern gebaut hast. Ich habe mir das mal so ein bisschen angeguckt. Das ist ja Wahnsinn. Das ist noch eine kleine Bahn, also das heißt eine kleine, also das ist unsere Bahn, die halt zur anderen Stadt führt. Wird es dann irgendwann, also richtig mit Haltestellen dann demnächst? Das wird dann richtig mit Haltestellen, ja, ja. Haltestellen an sich gibt es ja jetzt schon, nur es gibt halt auch so vollautomatische Bahnhöfe, aber ich habe keinen Schimmer wie die funktionieren. So, dann machen wir hier mal die Höhle zu. Ja, das Problem ist auch immer, dass vollautomatisch meistens sehr auf die Server-Performance geht. So, ich komme jetzt zu den Gemeinschaftsstallen. Übrigens habt ihr auch eine Sia-Rüstung für die Pferde. Irgendwo. Oder eine Gold-Rüstung. Habe ich gesehen, habe ich gesehen. Ja, aber müssen wir ja erstmal nicht drauf tun. Es sind mehrere, sind auch alle verzaubert. So, bist du denn immer noch beim Stall? Ich bin bei mir wieder. Ich habe mich bei mir hingestellt und warte hier gerade auf dich. Hm. Gut, dann werde ich nochmal eben kurz bei mir vorbeischauen, bei meinem Haus. Bei meinem Hause. Hm. Hallo, Sherlock. Hallo, Miss Marple. Meine beiden Hunde. Achso, ich wollte schon sagen, hä? Ist ja lustig. Ich komme da zwei Zuschauer. Einer ist Sherlock und einer ist Marple. Ja, ja. Habe ich denn mit? Wovon habe ich denn viel? Ich warne gleich schon mal vor Pudding. Ich hoffe, du hast den Sound nicht zu laut, aber wenn mein Freund gleich wieder kommt, dann geht Johnny hier los wie eine Rakete, weil, ne? Wenn ein Herrchen nach Hause kommt und so. So. Nur nicht, dass du dich dann erschreckst wegen dem Hundegebell im Hintergrund. Ja, komm. Mein Hund ist ja wohl kein kleiner Dackel. Also damit verletzt du jetzt aber seine Gefühle. Oh, es tut mir leid. So, warte. Ich will... Ach, da bist du ja. Oh, episch sieht sie aus. So, einmal Pfeile 64 und einmal einen verzauberten Bogen. Okay, super. Ja, jetzt habe ich 70, 80, 81 Pfeile, da soll ich irgendwo erstmal mit hinkommen. Ja, ich habe einen 64 aus Deck und 29. Oh, hoch! Ups. Entschuldigung. Wo sind die denn hin? Ah, hier habe ich ein Ding geschossen. So. Ich habe mir noch ein Dias-Schwert gemacht danach, äh, damit, äh, weil ich habe ja schon ein paar Dias, wäre schon ein bisschen länger. Genau. Das ist aber... Ja, dann lassen wir uns mal... nicht... vom Verband hingehen. Fiene! Fiene! Lass das! Das ist die Wettlatine. Tapsi! Komm hierhin! Die ärgert dich die ganze Zeit, du weißt es doch! Ja komm! Ah, Tapsi traut sich nicht. Warte mal, ich muss mal eben Tapsi holen. Ja, Tapsi! Ja! Guck mal, Mies, ne? Aha. Aha. Böse, fine Mies. Komm auf meinen Schutz. Gehst du jetzt halt mit. Ähm, hilfst du mir ein Hottehü zu fangen. So, wo bist du hin? Du bist, äh, du bist einfach weitergelaufen. Wo bist du? Ja, warte, ich muss doch mal zu meinem Haus zurück. Der eine, der will verrottetes Fleisch haben. Wer will verrottetes Fleisch? Verkaufst du mir jetzt verrottet... Ach so! Hier, ich habe auch noch welches. Ja, ich habe doch einen... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Welcher denn? Der in dem Kiosk? Der bei den Kühen... Ne, der bei den Kühen steht. Okay, den habe ich, glaube ich, noch nicht entdeckt. Ja, ich habe eh nur 17 Stück. Ja, ich habe zwei 64er Stacks verrottetes Fleisch. Dürft der, glaube ich, reichen. Hallo? He? He? Oh, hallo? Ich finde die Geräusche... Ich finde die Geräusche ja so süß, die die machen. Oh. Wie, jetzt will er keinen mehr haben? Der wollte nur 39... Ah! Man muss das erste wieder raus und dann wieder rein. Ich glaube, ich werde heute auch mal den Nightbot einstellen. Ich habe bei mir den Nightbot schon drin. Nee, ich noch nicht. Aber der Nightbot ist eigentlich kinderleicht. Ich kann dir da helfen. Mal, wo bist du denn? Ja, hier. Ich komme schon zu dir ran. Da bin ich. Wir rennen einfach mal in irgendeine Richtung und dann schauen wir mal. Ich stehe bei mir. Naja, ich stehe hinter dir. Hallo. Hier. Oh. Hallo. Oh. Hallo. Warte mal, ich muss noch eben das Zombie vielleicht wieder loswerden. So. Wollte das nicht haben, oder was? Oder den Rest? Na, ich habe jetzt... Achso, da kann ich ja meine Smaragde eigentlich auch gleich meinen. Ja, eben. Ich habe jetzt das reichste Smaragde bekommen. Ich glaube, wir haben irgendwie schon neun Stück oder so. So. Ähm... Wenn du neun Stück... Hallo, Pascal! Pascal? Hallo, Pascal! Am Sonntag? Vielen Dank für deinen Host, mein Lieber! Wieso wurde das nicht angezeigt? Das verstehe ich gerade nicht. Wieso wurde das bei mir nicht angezeigt, dass das also... Hast du Twitcher-Lords aus? Nein, eigentlich nicht. Warte mal, ich rede mal kurz mit dem Dorf. Du erstaunt es mich. Deswegen bin ich ja gerade mal etwas erstaunt. Ähm... Oh! Ich habe ja die Allons... Sieben Eisenbarren, ein Smaragde, okay. Du kannst dann auch... Mit den Pfeilen kannst du auch bei den Angeboten gucken, ne? Ja, also er verkauft ja auch andere Sachen. Hasi! Neu Viewer. Vielleicht deswegen. Ja, keine Ahnung. Äh... Warte mal. Die mit Pfeiltasten hier. Ey, du... Bei den Dorfbewohnern. Halt. 18 Gold nimmt er. Und für drei verkaufter Redstone und Lapis Lazio. Lazio. Es ist gut zu wissen, dass der Lapis Lazuli verkauft. Ja. Ach, hier ist Sophia ihr Haus. Okay. So. Bei Sophia steht die Tür auf. Ich mach die mal zu. Nicht, dass die Katze wegläuft. Ja. Treffen wir uns vor Sophias Tür, ne? Ja. Ja, ja. Wir können ja in dieser Richtung dann weiterlaufen. Ja. Genau. Kuckuck. Kuckuck. Ja, wir haben hier gestern das komplette Haus abgebaut, ey. Und ich war auf einer Fortbildung, deswegen früße... Am Sonntag? Ich wollt grad sagen. Fortbildung am Sonntag. Pascal. Du... Verwirrst mich. Hallo Zombie. Ja, kommt ins Licht, damit... Er brennt wie die Schweine. Find ich... Vorsicht, da ist auch noch ein Creeper. Keine... Oder? Ne, doch nicht. Ach, ich hab falsch geguckt. Den hätte ich auch erledigt. Ach, übrigens, Pascal, die Zora ist komplett abgerissen worden. Und das Herrenhaus auch. Ah. DLRG. Verdammt. Ja. Hier, du hast doch... Du hast doch nach einer besseren Achterbahn gesucht, ne? Nach einer besseren... Nach etwas aufregenderem. Jaja, das meinte ich ja. Achso, hier habt ihr gar nicht gebaut. Ich dachte, die hättet ihr gestern gebaut. Wo ist denn hier der Anfang? Dann machen wir mal eine Fahrt mit der Achterbahn. Eigentlich... Äh... Eigentlich... Äh... Hier so. Aber... Da fehlt... Ich wechsle mal eben in den Creative Mode, dann gebe ich uns mal ein paar Loren. Dann werde ich ja auch noch mal ein paar Loren. Was sonst... Äh... Ja, so eine Kiste. Genau. Wann sonst sollen wir es machen? Äh... Ja, keine Ahnung, ne? So, dann stelle ich erstmal hier... Ähm... Komm, die sechs Federn, die brauche ich gerade nicht. Äh... Dann hier erstmal eine Truhe. Eine Truhe... Äh... So. Komm, die stellen wir etwas abseits. Die stellen wir hierher. So. Ähm... Eine Lore. Hey! Hey! Pst! Pst! Ich hab ne Lore! Da! Yeah! Weil... Äh... Das... Äh... Da hinten war das Ende. Äh... Hehehe... 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 Falsch herum. Ja, ich weiß. Was? Wir fahren falsch herum? Nein, aber da... Nein, aber da... Ja, ich wollte gerade sagen. Alter, irgendwas hat mich da gerade abgeschossen. Hehehe... Ha! Ohne Scheiße, da könnte ich mich den ganzen Tag mit beschäftigen. Hehehe... 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 Die beste Stelle ist... Ist... Ist ja auch... Äh... Die kommt ja erst noch. Okay. Die Lohren sind so laut. Hehehe... Wuh... Hotifest? Äh... What the fuck... Au, 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 au!! Alter!!! Mir wurden gerade drei Herzchen abgezogen. Nee, zwei... WTF? Das ist ja geil gemacht. Cool. Ja, 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 wow. Ja, das ist, äh, LOL. Genial. Ja, oh, oh, Vorsicht. Also, jetzt verprügel ich den das mal mit dem Bogen. Oh, ich hab schon wieder Werbung bei mir in der Playlist, das ist doch nicht wahr. So, jetzt nicht mehr. Ja, ähm, jetzt mach ich hier nochmal Kinder. Also Pascal hat die Achterbahn, also die letzte Strecke zumindest gebaut. Sehr geil. Sehr geil, Pascal, hast du gut gemacht. Das hat grad echt Spaß gemacht. Ich wechsle mal wieder den Game-Modus. So, finde ich auch wieder angreifbar. Dann rennen wir hier an dem Berg vorbei, würde ich sagen. Hm. Hüpp, hüpp. Oh, oh, Creeper. Bumm. Bumm hat's gemacht. Eigentlich war... Eigentlich war das so nicht geplant. Naja, ist nicht so schlimm. Guck mal, ob wir hier irgendwo noch ne schöne Höhle entdecken, oder? Also ich und C.K. haben letztens ein Dorf entdeckt, dann haben wir erstmal geplündert. Du bist wieder voll daneben, oder? Ja. Reden... Reden wir einfach nicht drüber. Du hast den Boden aufgeklatscht. Oh. Hallo, Herr Skelett. Ich bin ja schon froh, dass es kein... Hey, mach dich fertig. Dass es kein Beinebrechen in, äh... Ah ja, da kommt... Da kommt Herrchen. Dein Essen kommt. Dein Essen kommt. Schnell die Tür zu schmeißen, damit er nicht so laut ist. Nanu? Nanu? Moment, da muss ich jetzt nachgucken. Was ist das? Ja, warte, ich komm mitgucken. Äh, äh, ja warte mal. Ich mach mal einmal kurz den Sound aus dem Stream, weil sonst werdet ihr wieder hier belästigt. Ich machh tacke. Ich mach... Ich mach mich gleich nicht... Ich mach...